Im Völkerrecht ist oftmals vieles umstritten. Im Falle der russischen Invasion in die Ukraine fällt das Verdikt jedoch, was auch die internationale Reaktion bezeugt, zweifelsfrei aus. Es liegt ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg vor. Präsident Putin hat mehrere Argumentationslinien zur Rechtfertigung des russischen Einmarsches entfaltet. Allesamt können völkerrechtlich nicht standhalten. Völkerrechtlich gilt ein umfassendes Gewaltverbot. Gewalt ist zwischen Staaten nur zulässig, wenn sie entweder zur Selbstverteidigung geübt wird, mit Autorisierung des UN-Sicherheitsrates oder auf Einladung eines Staates erfolgt. Sich selbst verteidigen darf sich ein Staat nach Artikel 51 der UN-Charta nur gegenüber einem gegenwärtigen bewaffneten Angriff. Die Ukraine hat die russische Föderation jedoch nicht angegriffen. Auch eine Verteidigung der beiden Separatistengebiete in Luhansk und Donetsk gegen einen ukrainischen Angriff steht außer Frage. Beiden Gebieten kommt keine Staatsqualität zu. Dass die Separatistengebiete Russland dazu eingeladen haben, sie in der Auseinandersetzung mit der ukrainischen Armee zu unterstützen, legalisiert die russische Operation keineswegs. Ob im Falle eines Genozids auch ohne Autorisierung des UN-Sicherheitsrates militärisch im Rahmen einer sogenannten humanitären Intervention eingegriffen werden kann, ist völkerrechtlich außerordentlich umstritten. Selbst wenn man das Recht zu einer humanitären Intervention anerkennen würde, wären ihre Voraussetzungen konkret allerdings nicht gegeben. Für den von Putin behaupteten Genozid an der russischstämmigen Bevölkerung gibt es keinerlei faktische Anhaltspunkte. Dass andere westliche Staaten sich in Vergangenheit nicht völkerrechtskonform verhalten haben, Putin verweist zum Beispiel auf die NATO-Interventionen im Kosovo-Krieg, den Irakkrieg und auf Interventionen in Syrien und Libyen, vermag die russische Aggression gegen die Ukraine nicht zu legalisieren. Putins pseudohistorische Erzählungen zur Genese der Ukraine und den Eigenheiten der Sowjetunion haben in rechtlicher Hinsicht keinerlei rechtfertigendes Potenzial. Kurzum, mit dem Krieg gegen die Ukraine manövriert Putin sich und Russland jenseits das Regelfundament der Völkerrechtsgemeinschaft. Wenn sich Staaten in Abstimmung auf dem völkerrechtlichen Parkett innerhalb der UN einpositionieren, führen sie natürlich eine für sie spezifische Kosten-Nutzen-Analyse durch. So flossen in die Entscheidungsfindung Faktoren wie zum Beispiel ökonomische und politische Abhängigkeiten von Russland und die Angst vor einer drohenden russischen Politik der Vergeltung im weitesten Sinne mit ein. Ein weiterer Aspekt ist eine allgemein kritische Grundhaltung einiger Staaten gegenüber einer westlichen Doppelmoral im Hinblick auf militärische Interventionen. Umso bemerkenswerter ist es, dass sich nur fünf Staaten, Weißrussland, Nordkorea, Eritrea, Syrien und Russland selbst gegen die Resolution der Generalversammlung gestimmt haben. Beachtlich ist ferner, dass klassische Verbündete Russlands wie Kuba und Nicaragua oder Staaten, die stark abhängig von Russland sind, wie etwa Kyrgyzstan, Tadjikistan oder Kasachstan sich lediglich enthalten haben. Auch China enthielt sich. Sie spricht Bände über die Dimensionen der Völkerrechtswidrigkeit des russischen Handelns und seine Implikationen für die internationale Gemeinschaft. Es steht nicht weniger auf dem Spiel als die Pfeiler der internationalen Friedensordnung. Und das ist der Staatengemeinschaft auch bewusst. Im Rahmen des Beschlusses hat das Gericht zum einen festgestellt, dass seine Zuständigkeit zumindest prima facie, das heißt auf den ersten Blick hin denkbar scheint und die von der Ukraine geltend gemachten Rechte hinreichend plausibel dargelegt wurden. Nicht entschieden ist damit die Frage, ob der IGH letztlich auch wirklich über den Streit entscheiden kann und wie der Streit zwischen der Ukraine und Russland materiell zu bewerten ist. Dies bleibt im Hauptsachverfahren vorbehalten. Zum anderen hat das Gericht vergleichsweise weitreichende Anordnungen getroffen. Russland soll, so die 13 zu 2 Entscheidung, unverzüglich die am 24. Februar 2022 begonnenen militärischen Operationen auf dem Gebiet der Ukraine einstellen und sicherstellen, dass weder militärische noch von Russland kontrollierte irreguläre Verbände weitere Schritte zur Vollziehung eben genannter militärischer Operationen ergreifen. Gegen die beiden Anordnungen stimmten Richterin Schuh aus China und Richter Gevgorgian aus Russland. Zudem soll nach einer einstimmigen Entscheidung des Gerichts beide Seiten jegliche den Konflikt verschärfende oder ausweitende Handlungen unterlassen. Diese Anordnungen sind trotz ihrer vorläufigen Natur verpflichtend. Zu deren Durchsetzung könnte auch der UN-Sicherheitsrat tätig werden, so denn er in deren Nichtbefolgung eine Bedrohung oder einen Bruch des Friedens sieht. Hier stellt sich jedoch wieder das Problem der russischen Veto-Option. Bedeutungslos ist der Beschluss jedoch keineswegs. So stellt er höchstgerichtlich fest, dass jede gewaltsame Handlung Russlands auf ukrainischem Gebiet völkerrechtswidrig ist. Grundsätzlich beschreibt die Sezession die Herauslösung eines Gebietsteils aus dem Territorium eines Staates mit dem Zwecke der Gründung eines eigenen Staates oder der Eingliederung in einen anderen Staat. Unterstützen Staaten eine Abspaltungsbewegung, indem sie ihr Staatscharakter attestieren, so verstoßen sie grundsätzlich gegen das Interventionsverbot. Das Völkerrecht schützt die territoriale Integrität von Staaten. Ob und unter welchen Voraussetzungen, etwa zur Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker, ein Recht zur Sezession im Rahmen einer sogenannten Remedial Secession besteht, ist völkerrechtlich umstritten. Mitunter wird argumentiert, ein solches bestünde, so denn ein Bevölkerungsteil innerhalb eines Staates in menschenrechtlich nicht hinnehmbarerweise unterdrückt und von jeglicher politischen Partizipation ausgeschlossen wird. Im Falle der Krim lag jedoch eine gewaltsame Einverleibung von Staatsgebiet seitens der russischen Föderation und mittenklar eine völkerrechtswidrige Annexion vor. Die Anerkennung einer solchen Annexion stellte selbst einen Verstoß gegen das Völkerrecht dar. Staaten dürfen die Annexion völkerrechtlich nicht anerkennen.